Hey, liebe Leute hier im Sugar. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf, nach vier Jahren. Jetzt geht es gleich los, der erste Gigstrand. Wir machen es heute dreimal und ich freue mich ganz besonders, dass ich meine Heimatstadt München hier wieder hergeholt habe, vorbei zu Köln. Und ich freue mich ganz voll auf den Auftritt hier im Sugar. Walk on! Ich freue mich ganz voll auf den Auftritt hier im Sugar. Ich freue mich ganz voll auf den Auftritt hier im Sugar. Ich freue mich ganz voll auf den Auftritt hier im Huguen.